Musik Für mich ist es ganz wichtig, was Sidney mir erzählt hat, dass nämlich diese Musik seine Vision von Schönheit darstellt. Und ich fand es etwas unerwartet, als ich die Partitur zum ersten Mal angeschaut habe, weil es wie eine sehr abstrakte Art von Schönheit aussieht. Und es lohnt sich immer sehr genau hinzuhören. Und es ist über 80 Minuten sehr, sehr abwechslungsreiche und spannende Musik. Bei neuer Musik ist es für mich immer das Wichtigste, was der Gefühlsgehalt der Musik ist und welche Emotionen den Komponisten dazu gebracht hat, das jeweils zu schreiben. Ich versuche möglichst genau, den Angaben des Komponisten zu folgen und dann klare Klangfarben und möglichst expressive Melodien zu finden und denen möglichst nachzuspüren. Man kann noch die Spuren von konventionellen Arien und Duetten und Rezitativen und solchen Sachen finden. Und interessanterweise passieren diese Sachen manchmal gleichzeitig. Das Stück dreht sich ja um Aspekte einer Persönlichkeit. Also ein vielfach schizophrener Hilfsbuchhalter in Lissabon schildert sein Innenleben, das sich dann in den verschiedenen Figuren darstellt. Und man hätte das ziemlich deprimierend und ausweglos inszenieren können. Pia hat ein portugiesisches Gastmahl auf die Bühne gestellt, wo diese Figuren friedlich zusammensitzen und sich unterhalten. Das finde ich eine wunderbare Lösung und das hilft auch sehr, diese Musik zugänglich zu machen. Das finde ich sehr interessant ist, dass es eine Kontradikation zwischen etwas, das sehr abstraktiv ist, sehr poetisch ist und etwas, das aus der Realität ist. Also unsere Situation auf der Bühne ist sehr realistisch. Und man versucht, einen sehr schüttlichen Sinn in der Bühne zu finden, das ist die Sourcen dieses quietens, das in dem Titel des Buches, des PESOA-Buches Buches. In den Texten sind sie nicht viel charakterisiert. Sie haben alle ihre Namen. Alle Realität, alle Charakterien, alle Psychologie sind von mir und von mir inventiert und in dieser Operat. Und wir haben in unserer normalen Leben viel messen, viel historien, viel Worten. Und von Zeit zu Zeit sind wir im Silen. Und in diesen Momenten müssen wir finden den größten Sinn von allem. Keine Stimme außer der des Windes. Die Sonne beintetendteniten. Die Sonne beintetendten wir in der Zeit fillet werden. Und ich kaufe, ich danke Ihnen, dass sie immer im Sous-Werber. Und ich denke die Sonne beintetendte den Sinn und sagen, dass das im Lied von Sädenkind der Leben gut für Sie ist. Und ich denke die Sonne beintetend,